Hi, ich bin Mila und mein Zaubertier Morphel verwandelt sich in alles, was ich will. Yay! Jetzt bauen wir. Was ist das für ein Krach? Oh, hallo, Mr. Vanderbus. Wir bauen ein Baumhaus. Das wird unser Clubhouse. Ein Clubhouse? In einem Baum? So ein Unsinn. Ein Baumhaus zu bauen ist nicht einfach. So was könnt ihr gar nicht. Ich glaube schon, Mr. Vanderbus. Sie werden sehen. Zuerst müssen wir alle Bretter auf die richtige Länge schneiden. Ich glaube, eine Schere ist nicht stark genug dafür. Morphel? Morphel, eine Säge. Jetzt bauen wir sie zusammen. Schau dir diese Amateure an, Bucky. Ich glaube, dafür brauchen wir Nägel. Morphel? Morphel in einen Hammer. Das ist doch niemals ein Baumhaus. Es hat noch nicht mal ein Dach. Nun, so schlecht sieht es nicht aus, denke ich. Und jetzt machen wir daraus ein echtes Baumhaus. Morphel. Morphel in einem Kran. Kran? Ja, Kran. Kran, Kran, Kran. Kran, Kran, Kran. Ja, ja, ja. Kran, 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 Kran. Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich ein Baumhaus. Halt, gib mir das Passwort Morphel weiß nicht Das Passwort ist Morphel Morphel Das ist das allerschönste Baumhaus Das ich je gesehen habe Komm Morphel, wir holen April und Troy Und feiern eine Party in unserem neuen Clubhaus Was ist das Passwort? Das Passwort ist Morphel Falsch, das ist das Passwort für deinen Club Wenn du das Passwort für meinen Club nicht kennst Tja, kommst du nicht rein Hm, dann macht unser Club halt ein Picknick im Gras Und keine Party im Clubhaus Hallo, Bucky Willst du zum Club gehören? Kann ich auch zu eurem Club gehören? Natürlich, Mr. Vanderbus Das ist toll Warum feiern wir dann nicht eine Party im Clubhaus? Das ist toll, was Sie sich hier im Club hat? Certainly nicht Das ist toll, ist das Passwort Handschel Die Party ist das Passwort Das ist der Passwort Und dann nach vorne Und dann nach vorne Untertitelung des ZDF für funk, 2017